In diesem Video erkläre ich Ihnen den Elektro-Golf Trolley Strieker. Der Strieker ist ein robuster und zuverlässiger Trolley aus Edelstahl mit einem Gewicht von 10,5 Kilo und einem Lithium-Ionen-Akku mit einer Reichweite von bis zu 36 Liter. Der Trolley ist mit einer Bergabfahrbremse ausgestattet, sowie mit einer Freilauf-Distanzfunktion und das Wichtigste mit einem Klick-System für den sehr schnellen Auf- und Abbau. Der Akku wird entweder hier vorne am Rahmen befestigt oder Sie können den Akku auch mit einem Verlängerungskabel im Golfbag verstellen. Die Bedienung des Striekers erfolgt über diese beiden Tasten. Zum Starten drücken Sie beide Tasten, während der Fahrt können Sie rechts beschleunigen, links verlangsamen und zum Anhalten wieder beide Tasten drücken. Die Memory-Funktion sorgt dafür, dass der Trolley beim wiederholten Starten mit der letzten Geschwindigkeit losfährt. Die zweistufige Distanzfunktion aktivieren Sie bei diesem Trolley über die linke Taste. Den Golf-Trolley gibt es mit geschwungenen Stammen, so wie Sie das hier jetzt auf dem Video sehen, oder mit geraden Rohren, sowie mit der Oberfläche, wie hier, Edelstahl poliert, oder mit einer schwarzen Pulverbeschichtung. Ebenso können Sie den Trolley mit farbigen Rädern bestellen und im Lieferumfang befindet sich grundsätzlich Schirmhalter, Sklar-Kartenhalter und eine Transporttasche. Fremdgolf wünscht Ihnen allseits ein schönes Spiel. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020